normal thema ist das nicht in deutschland ist das eigentlich ganz normal die menschen sprechen sehr oft sehr gerne über klimawandel über wetter folgen und aber in indien das ist nicht immer noch im thema einige jugendliche sie wollen sich richtig informieren und dann machen auch sorgen wenn sie sowas sehen aber normalerweise ist uns das für nicht egal wir wollen eigentlich geld verdienen wir wollen mit etwas uns beschäftigen aber was läuft in der welt wir haben nicht viel damit zu tun heute wurde werden wir eigentlich uns richtig informieren damit diskutieren was unsere freunde sagen also freunde beginnen sie mit dem damit was ist klima man kann auch dann ein bisschen unterscheiden also klima und wetter es gibt auch ein bisschen unterscheiden wetter bedeutet normal also wie viel ist temperatur heute wie ist das wetter heute also heute oder gestern wie war das wetter gestern oder vor zehn tage aber wenn gleiche temperatur für 30 jahre oder mehr länger ist dann sagt man klima das ist dann klima von diesem ort immer wieder gleiches wetter für lange zeit für 30 jahre für 40 jahre dann kann man sagen das ist die klima das klima eigentlich ok freunde was bedeutet klimawandel sollte das nicht ändern sollte das wetter nicht ändern das ist nicht in unseren händen aber dann warum haben wir angst vor klimawandel wer will bitte damit beginnen wir bekommen interessante ja beiträge auf jeden fall sie können damit beginnen klimawandel das ist doch ein heißes thema heute heute können wir in indien ja ganz einfach ganz einfach betrachten dass die leute sich mit so viele dingen so viele dingen bestätigen und deswegen kümmern sie sich eigentlich nicht um klima und andere dinge die klima wirken können und deswegen ist es ja sehr nötig dass wir darüber sprechen sollten und ein paar probleme lösen oder mit lösungen vorkommen also klimawandel und hier so wie wir schon wissen dass klimawandel ist klimawandel bedeutet das heißt nach ein paar monaten das wetter ändert sich und danach ist es ja vielleicht winter dann sommer und auch herbst und frühling und so weiter also das hängt von der lage ab wo wir eigentlich wohnen zum beispiel in deutschland in indien oder in welchem welchem anderen land und danach haben wir ja so weitere erfahrungen dort gesammelt also heute wenn wir auf der straße sind dann können wir auch das gucken dass es nicht so viele leute gibt sondern es gibt mehr autos als menschen also das finde ich hier sehr schlecht und das bedeutet wenn wir so viele autos haben dann die werden dann werden sie eigentlich so viel zum beispiel oder carbon dioxide produzieren und am ende luftverschmutzung oder wasserverschmutzung verursachen können und deswegen klimawandel hier ist ist ganz ganz normal und nach ein paar monaten gelichten melden und danach fühlen wir uns sehr heiß und wir sind ja auch zu hause und wenn es kommen sommer ist dann benutzen wir ja auch kühlschrank und 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 airconditioners und das das geht so und wir haben ja so viele bevölkerungen und deswegen ja gibt es ja auch darauf auf nicht so gute aufwirkungen also ich bin der meinung da wir sollten ja auch ein paar dinge verzichten zum beispiel wir müssen oder wir sollten fahrrad fahren wenn wir nicht so weit fahren müssen oder wir können ja auch carsharing hier begreifen und danach das führen und dann und das kann ja unser sehr sehr hilfreich sein also so können wir ja auch unsere klimawandel her schützen vielen lieben dank das ist ja wunderbar also klima und das wetter und dann klimawandel also wandel bedeutet eigentlich also komplett anders wenn das ein bisschen ändert dann ist das kein problem das ist dann vielleicht nicht so schädlich aber einige experten warnen uns dass wir müssen unser verhalten ändern wir müssen vielleicht von auf extrem konsum versichten ansonsten wird das gefährlich nach jahren wenn das klima extrem wird dann gibt es auch viele folgen es gibt ja einige ursachen und dann folgen aber wir können klimawandel nicht stoppen das ist natürlich aber wenn es allzu viel ist ja schädlich gefährlich also werde ich jetzt dran bitte wir sagen unsere meinungen was wir denken ist das vielleicht nicht so wichtig nötig oder das ist ein heißes thema hallo ich bin dran hallo guten tag hallo das thema ist sehr heißes und ich muss ein paar mein meinungen mit teilen in kein bescheißlich der klimawandel die abkühlung oder erwärmung des klimas auf der erde über einem langen zeitraum nicht zu verwechseln mit dem wetter das was wir tagtäglich an kurzfristigen aktuellen veränderung der temperatur wahrnehmen also der klimawandel ist kein neues phänomen er beschreibt die langfristige veränderungen von faktoren wie der temperatur des niederschlages und der mehrere stürmungen also die globale erde erde erbungen ist ein bissel des klimawandel also die temperatur werden auf der erde steigen wilde menschen zu viel co2-methane ch4-produced hierin diese gas bei einst loschen den ozon layers deswegen kommen uv layers auf der erde also wegen des uv rays werden die glasher schmerzen also das klimawandel die zonen strahlen die auf die erde treffen werden von naturlichen gasen und volken absorbiert und zu einem teil auf den planten süret gestrahlt also die halten ihn also warm ohne die naturlichen treibhaus effekt wäre die erde zugefroren und unser leben wäre so nicht möglich ja also die ursachen müsste ich sagen durch industrie 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 kann eine der schlimmsten der gesamten menschheit geschichte werden doch das ist die wichtige folge soweit ich denke also die klimawandel kann in den nächsten jahrsrenten zu einer existenten bedrohung nicht nur ein einige regionen auf der welt sondern das gesamte lebenshaus der erde werden wenn menschen nicht sofort handeln also die menschen wollen schnell aus dieser problem arbeiten und man sollte dollar energie benutzen ja das ist die und man sollte es auch energie sparen das ist alles von meiner seite dank sehr gut vielen lieben dank das ist ja wirklich toll sie sprechen über dann treibhaus gasen freunde also treibhaus effekt das haben wir auch irgendwann gehört vielleicht verstehen wir das nicht so richtig oder schon aber treibhaus effekt ist dann auch ein thema vielen lieben dank also sie haben das gebracht hier es gibt die strahlen von ja sonne wie sie auch gesagt haben aber dann gibt es treibhaus gasen welche gasen gibt es da sie haben schon gesagt also co2 ja carbon dioxide kohlendioxid monoxin und es gibt eigentlich viele gasen das ist eine gruppe aber drei vier gasen sind so enorm und sie schaden eigentlich das alles wasserdamm oder methan über methan spricht man auch viel sie sind gefährlich auch aber sie brauchen wir auch wenn es gibt kein treibhaus effekt zum beispiel dann wird die temperatur von der erde minus achsen also wir brauchen diese effekt brauchen wir treibhaus effekt ohne treibhaus effekt wird die temperatur minus achsen das wird dann sehr natürlich für uns dann kann kann alles nicht hier wachsen wir brauchen das aber im laufe der zeit wie sie gesagt haben diese fabriken in industrialisierung das hat so viel zu genommen und dann ist das alles problematisch geworden wir müssen das verstehen und vielleicht ein bisschen aufhalten stoppen können wir das nicht und wir sollten auch nicht das brauchen wir wenn diese treibhaus effekt ist da dann kann die erde sich wärmen wir brauchen diese wärme und das kommt von der zone direkt aber einige gehen schrug aber wenn so viele fabriken gibt es da dann haben wir so viel kohlendioxid und diese gasen sind dann ja sie sie können eigentlich dann richtig das nicht kontrollieren einige gasen kommen und dann können schrug gehen oder einige gehen schrug aber was für technik kann jemand noch über treibhaus effekt ein bisschen weiter sagen oder noch etwas anderes das ist ja sehr interessant treibhaus effekt ist wichtig aber auch gefährlich wenn das extrem wird wer ist dran bitte wir würden gerne sie hören das thema ist heißes ja ein heißes thema aber es ist winter schon geht oder wir brauchen also heiße themen klar wenn sie ein nach dem anderen expression dann können wir also zeit auch so sparen ja hallo 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 guten morgen und zusammen heute ist thema ist etwas zu tun mit umwelt oder umwelt oder die abgasen oder was sagt man die globale erb erbärmung was ist klimawandel ich sehe das klimawandel und erbärmung das wetter wandel das wetter wandel das wetter wandel ist es was anders wegen wegen die jahres wegen seizen aber die klimawandel ist es was anders es ist es heißt die klimawandel wegen die erbärmung des klimas und und auf der elder erbärmung des klimas das ist vielleicht die klimawandel und und das das verwechselt mit dem wetter und veränderung der temperatur ist auch eine wirkung davon und klimawandel ist kein neues phänomen aber die aber die faktoren die erbärmung der temperatur und es gibt viele faktoren aber die global erbärmung oder global warming ist das was neue sima und wie zum beispiel global warming ist auch kein beispiel des klimawandels und wenn das global warming passiert dann erwärmt die erde und das alles passiert wegen industriellen und revolution und alle mannliche gemakten und das klima und das klima ändert wegen ändert sich durch den tribe guys tribe house effect oder green gas of effect und was ist ein tribe house effect die zonen strahlen die auf der erde treffen und werden von planeten zurück strahlen und dann wird unsere dann halten die erde wärmer das ist ein green tribe house effect und das ist auch wichtig aber alles extreme ist nicht wichtig wenn das wenn unsere ad so film wärmer bekommen wegen der global erwärmung dann das ist wieder keine gute sache und die co2 coal dioxide eines wichtige treibhaus gas und das spielt auch wichtige rolle aber das ist alles passiert wegen unserer lärm belastungen und alle umwelt schädlichsten wegen alles umwelt schädlichsten daken aber ich möchte sagen dass die wir haben die schonheit der natur gestorren gestor und aber in der natur gibt es immer auch was hier alles ohne menschliche eingreifen oder ohne menschliche hilfe und das können wir wirklich nicht kontrolliert und wir müssen nur aufpassen und mit weiter gehen mit dem das kann die nur das ist nur ein wollen das ja das ist nur ein was ich habe mich viele, das wäre ja dankeschön, dass wir nicht nichts Beide haben, was ja danke schon subhan wir bekommen, wir beginnen von anderen freunden kein problem also sie haben schon gesagt dass das ist natürlicher process das heißt wir können das nicht stoppen aber methan gas production von methan gas oder produktion von kohlendioxid das können wir vielleicht ein bisschen sinken okay das muss eigentlich sinken wenn das immer vermehrt dann wird es problematisch und diese industrialisierung wie die andere freunde auch gesagt haben wegen industrialisierung wegen so viele autos auf der straße ist dann jetzt die produktion von kohlendioxid ein bisschen mehr das muss vielleicht ein bisschen kontrolliert werden also stoppen können wir nicht aber extreme effekt können wir ein bisschen noch aufhalten wenn wir dem gemächt verhalten die mission eigentlich es gab auch viele abkommen international und jedes jahr haben wir ein meeting ein konferenz welt umweltkonferenz und die die länder sie treffen sich und dann entscheiden sie da werden eigentlich die entscheidungen getroffen bis jetzt wurde nicht viel gehandelt wurde viel gesagt aber jetzt schon diese nationen verstehen jetzt auch deshalb in letzten jahren haben wir viel über solarenergie diese erneuerbare energien haben wir gehört